Hallo? Ich hasse es, wenn das Schwert in den Wänden abknallt. So, da. Da ist meine Lieblingsrüstung im ganzen Spiel. Und zwar, die sieht zwar einerseits gar nicht mal so scheiße aus, andererseits ist sie halt so verdammt leicht. Hattest du nicht gerade auch die Diebesmaske in deinem Ende? Genau, genau diese Rüstung habe ich bis zum Ende getragen, ein paar Modifikationen. Aber die sieht halt, selbst als Untoter, sieht das halbwegs gut aus. Eben, meine ich, vom Gesicht her und so. Weil es ist, dass man das Gesicht sozusagen nur halb sieht, kann man das angucken sozusagen. Aber wir haben jetzt natürlich unsere supertolle östliche Rüstung, insofern. Und wir müssen die erstmal verbessern, die. Verdammt. Insofern. Brauchen wir die jetzt auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob du die willst. Ich habe die nur angehabt, weil ich immer scheiße finde, scheiße auszusehen. Achso. Das sollte eigentlich nicht der Grund sein, warum man sich Rüstung anzieht. So, und wir sind jetzt halt hier bei etwas Speziellem. Etwas Speziellem. Einem Dämon? Und, ja, genau. Sowas in der Richtung. Und wir gehen aber erstmal hier unten noch lang. Hallo. Ja, ich wette, da stand so, ja, pass auf, hinter dir. Pass auf, hinter halt. Ja, toll. Bringt viel, wenn du schon da stehst und dann liest. So, da gehen sie bei den Frauen. Ne, was steht da? Nein. Achtung, fein. Achtung, fein. Ja, danke sehr für den Tipp. Aber du siehst halt, wo es steht. Insofern weißt du ja, wo was ist. Theoretisch. Oder vielleicht schreibst du ja auch nur Gemüse. Das ist hier oben hingesetzt. Pass auf, Plot MSG? Lat Message. Pass auf, Kaufmann. Äh, ja, ja. Pass auf, guck mal, da ist ein Kaufmann. Siehst du diesen Kaufmann? Ähm, wir haben jetzt hier oben erst einmal wieder eine Abkürzung, die ich eben schon angesprochen hatte vor kurzem. Ach, war das dieser Ort? Wenn du einen halbwegs guten Orientierungssinn hast, ähm, und, äh, so, dann musst du es eigentlich erkennen, aber, ähm, das ist jetzt erstmal nur ein Typ, der einem alles mögliche verkaufen kann. Unter anderem auch diese tollen Läuterungssteine, die wir ganz auf jeden Fall noch brauchen werden, weil wir sicher verkacken werden bis zu dem Punkt. Und der verkauft einem auch Giftpfeile und Brandpfeile und all so ein Kram, äh, wovon wir uns eigentlich mal verkaufen könnten, oder? Brandpfeile? Kannst du machen. Kannst du machen. Kannst du machen. Äh, 27 Brandpfeile. Wow. Stahlpfeile können wir uns noch leisten. So, und wir gehen jetzt einfach mal bis zum Ende von diesem Ding hier. Das könnte ja nur eine Sache sein. Ja, das kann wirklich nur eine Sache sein. Und vor allem das Witzige ist halt jetzt, ähm, wir sind jetzt hier bei dem besagten Tor, der direkt zum Feuerbrandschreien führt. Und da werden wir jetzt sofort auch rasten, äh, weil nun mal eben der Feuerbrandschreien ist der Feuerbrandschreien und wir kriegen da, ach verdammt, wir kriegen da, äh, ein paar Seelen, äh, ein paar Seelen. Das ist ganz mehr als bei dem anderen Feuer, wenn wir da respawnen und wir werden ein paar mal respawnen. Ich glaube, das ist auch sogar näher als das andere Ding. Oh, das war knapp. Hilfe. Hilfe. Nice. Hilfe. Das war knapp. Hilfe. Das war gerade voll unerwartet. Also ich muss schon sagen, das war richtig Pro, wie du das hingekriegt hast, das zu schärmen. Ja, vor allem, dass ich, dass ich das, äh, überlebt habe. Das ist echt, äh, kleines Wunder gewesen. So. Zum Bonfire. Und... Wie hätte das auch sein. Dann übernimmst du ihn wieder. Und... Naja, verdammte Scheiße. Und ich kümmer gerade die Gegend dahinter was. Boah. 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 So. Ach, mal sehen. Der Mond. Ich muss jetzt aber wieder... Du glaubst nicht. Ich verkack jetzt, weil ich die Gegner gehen muss. Die da sind immer noch wieder. Du kannst ja durchrennen einfach. Ich bin auch immer durch eigentlich. Aber ich kann nicht rennen. Gucke. Ja klar, ich kann nur die ganze Rollen. Ähm... Ja. Eigentlich schon bescheuert, weil, wie gesagt, das ganze Gebiet, was wir jetzt hier machen, ist optional. Wir werden verdammt offen sterben. Brauch. Und du musst dieses Gebiet jetzt hier wahrscheinlich x-mal durchlaufen. Wacka. Du kannst übrigens auch aus dem Rennen schlagen. Scheiß auf die Ratte. Ähm... Ja. Die Ratte ist egal. Die Kraft dich auch nicht anhörst mal. Du kannst auch aus dem Rennen schlagen. Das ist sehr wichtig für den Dingensis. Ähm... Für den Gapping Dragon später. Und... Ähm... Das ist verdammt schnell eigentlich sogar. Also für die Dark Souls Angriffe. Ja. Ja. Das ist nicht... Das ist nicht der Rennen. Das ist der Rennen. Das ist der Rennen. Ja. Und du kannst ihn halt auch direkt chainen. Das geht auch. Dem solltest du nicht angreifen. Das sind bei dem brauchen wir auf jeden Fall noch. Nup. Obwohl ich glaub, diese Steine, die kriegt man noch von jemand anderem. Ja, stimmt. Von diesen komischen Typen. Da kriegt man die noch. Wo willst du hin? Ich weiß nicht. Äh... Was macht die Kamera? Also das war ich diesmal nicht. Ähm... Du weißt ja wo die Nebelwand war. Da muss ich mal hin. Stimmt. Äh... Ist natürlich doof. Ich spoiler die alles. Aber... Ich will nicht, dass das Ads Play irgendwie 5 Millionen Jahre dauert. Und ich möchte ja, dass wir vorankommen. Insofern... Von hier ist ganz klar der Ausgang, der nicht hinter mir war, den ich nicht gesehen hab. Natürlich. Ähm... Ja. Und da vorne, wenn du da so ein bisschen runter guckst, da ist ne Tür. Äh... Da so ne Ecke. Da runter? Nein, nicht da. Da. Da hinten da. Da wo die beiden Fackeln sind. Und da ist noch ein bisschen Humanity, glaub ich zumindest. Ähm... Na, was sagst du? Ja, ich glaube das ist Humanity. Äh... Viel Erfolg. Äh... Es sieht aus wie ne andere Wand. Ne, ist es aber nicht. Da ist nichts mehr. Ich hab da auch manchmal die Wände abgeklopft, aber... Nein, da ist nichts. Äh... In Daxos 2 ist es noch arschiger, weil du da A drücken musst an jeder Wand. Und nicht einfach schlagen kannst. Hm. Du bringst mich grad zu Weißblut, dass du einfach nur da stehst und nichts machst. Ja. Nichts machst. Was ich mache, äh... Ist einfach nur, äh... Versuchen nicht zu sterben. Find ich gut. Die Tür ist noch verschlossen, dann brauchen wir einen Schlüssel. Und den kriegen wir vom blöden Capra-Dämon und das wird ein bisschen äh... Ärgerlich. Die Diebe! Ignorier die, renn dann vorbei, geh zum Capra-Dämon. Du schaffst es nicht. Du wirst eh dann nicht verrecken an denen. Nein. Äh... Weil gleich kommen noch zwei Hunde. Die würdest du, solltest du am besten einfach wegschlagen mit deinem Rennangriff. Weil die werden wir jetzt genau entgegen. Au. Hau einfach drauf, genau. Und jetzt renn weiter. Das haben wir die bekommen, die ich hinter dir habe. Und jetzt geh direkt zum Capra-Dämon rein. Und sterbe schön. Ah. 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 What the fuck? Was für eine Scheiße. 13, 14, 15, 16. Mann, du hältst nicht lange. 19, 20, 21, nein. Nein. 23, 23, 24. Okay, gut. Ich hab zu 10. Ach. Ich hab bei 20 Sekunden. Nach 20 Sekunden bin ich das erste Mal gestorben. Da hatte ich aber auch damals nur die Anfängerrüstung und bin ich aufgelettet gewesen. Insofern. Huh. Ähm. Du hast dich gut geschlagen. Wow. Fuck, ey. Nein. Der ist aber verdammt leicht, der Gegner. Das musst du dir mal vorstellen. Ich hab den, glaub ich, ähm, jetzt beim zweiten Mal, als ich den probiert hab. Weil ich hab ja zweimal angefangen, weißt du ja. Wegen einmal als erstes Stärkebild und jetzt ein Geschicklichkeitsbild. Ähm. Habe ich den beim ersten Mal auch den gekriegt. Ah. Fuck ey. Der Witz ist, bei denen gibt's, äh, ein Cheat-Trick, sozusagen. Weil da ist so ein kleiner Vorsprung. Von dem kannst du nicht auf ihn runterfallen lassen. Ja, wenn er nicht hier oben ist. Ja, du solltest jetzt natürlich von da weggehen. Von Möglichkeiten. Aber du kommst eigentlich ganz gut zur Rande. Wenn du jetzt halbwegs nicht stirbst und ihn anvisiert lässt. Ja, ich hab abhin ja nicht die... Da muss die Kamera hin und dann anvisieren. Setzt sich auch mal wieder heilen. Ah. Der Witz ist, der Gegner kommt noch mal zwischendurch als Miniboss, sozusagen. Wo er keine Bossleiste hat. Und da ist er einfach nur ein Witz. Äh. Warum hab ich ihn nicht komplett witzlos? Äh. Ich hab geglaubt. Ja, aber das geht aus der Runde. Äh. Wenn du jetzt allerdings so weitermachst, dann wird das noch Jahre dauern. Ich hasse den Boss. Ähm. Pass auf. Die Musik, wie die einfach voll abgeht. Pass auf. Aber mit dem... Du siehst halt, wie viel krass viel Damage mit dem Jack Sword man macht. Ja. Nee, eigentlich nicht. Weil ich hab keinen Vergleich. Ja, stimmt. Äh. Normalerweise zieht man dem nicht annähernd so viel mit dem Ding ins Leben ab mit einem Schlag. Also man zieht dem vielleicht ein Viertel von dem ab, was du ja gerade Damage machst. Pass auf. Ja. Und jetzt kannst du theoretisch nochmal zweimal reinchainen. Und dann ist das gut. Also der stackert glaube ich einmal jetzt noch. Oder nicht. Naja. Das war doch ganz okay. Ja. Ich hab's überlebt. Warum auch immer. Ich bin erstaunt. Wie gesagt. Das ging sehr gut. Das ging sehr gut. Was sagst du? Scheim... Ja. Tatsächlich. Nein. Tatsächlich. Das ist ein Gitter. Ja. Es gibt manche Leute, die sagen scheinbare Wand. Was ist das für eine scheinbare Wand? Ja. Hier geht's weiter. Nein. Das geht dann nur so weiter. Wir haben den Schlüssel gekriegt. Achso. Wir haben nur einfach den Schlüssel gekriegt. Und das war alles. Das war alles. Was sagst du? Geschafft. Geschafft. Ja. Das stimmt. Ja. Der war einfach. Ja. Eigentlich schon. Pass auf. Du rennst falsch. Du rennst nicht gleich in den Hinterhalt rein. Nämlich mit den Dieben und so. Du musst einmal wieder unten runter. Wo ist denn unten runter? Na links. Achso. Stimmt. Pass auf. Da sind die Dieben. Insofern. Entweder renn dran vorbei. Oder versuch sie zu bekämpfen. Ich mein. Du wirkst so geskillt, dass du das vielleicht hinkriegen könntest. Aber ich mein. Ich hab da immer meine Probleme. Soll ich jetzt hier zu dem. Ähm. Ja. Geh da einfach mal drinnen. Ähm. Wird schon nichts passieren. Und da passiert auch tatsächlich nichts. Äh. Du kannst die Tür wieder hinter dir schließen, wenn du willst. Glaub ich sogar. Oder? Ja. Gelobt seid ihr. Nee. Kann man nicht. Egal. Hab ich noch nicht probiert. Äh. Ja. Da sind wieder Kisten. Da ist glaub ich irgendwas drin. Aber. Ne. Da nicht. Da ist bestimmt ein Scheiter. Ja. Nein. Wo ne. Ich glaub. Ne. Das war weiter unten. Vergiss. Hier ist gar keine Kisten. Irgendwas. Insofern. Äh. Versuch's mit Dickwanst. Und was soll das dann wieder bedeuten? Das wird schon mal sehen. Ach. Soll es schwer sein oder was? Äh. Nein. Vor allem ich jetzt gerade. Wo man hier speziell was Spezielles findet. Aber. Mal sehen. Ähm. Kannst du immer mal voran schreiten. Oh man. Bist du schwerer Gegner. Ja. Tatsächlich. Obwohl die teilweise auch nerven nicht. Äh. Nervend sein können. Wenn die zu mehreren auf einzukommen. Ach. Da bist du. Und pass auf hinter dir steht vielleicht auch nochmal einer um die Ecke. Da so. Um die Ecke. Da so. Genau. Ne. 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 Das ist gerade hochgelaufen schon. Das war dann schon der. Dann steht auch einer ganz hinten in der Ecke. Und da ist das Ding was ich meinte was da so. Äh. Ne. 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 Level Up oder irgendwie sowas. Ja, jetzt ist es ein Wunderstil. Jetzt ist es gar nichts. Jetzt ist es vollkommen egal. Den habe ich fast nicht gesehen. Das war der Gegner, den ich meinte, der da noch rumsteht. Den habe ich fast nicht gesehen. Ist egal, ich mache trotzdem Truggefahr und mach es auch noch mal. Das wundert mich gerade echt. Ich frage mich gerade wirklich, ob wir durch die vielen Level Ups, ob die wirklich das gerade richtig krass einen Vorteil verleiht. Weil eigentlich ist Dark Souls ein Spiel, dass man vor dem Leveln sich nicht unbedingt auszahlt. Also es gibt nicht großen Vorteil. Angegangen. Irgendetwas. Ja, das ist schon wieder on. Gerade eben ist er schon wieder online gegangen. Kannst du dich auf seinen Kopf fallen lassen, wenn du willst. Aber musst du nicht, deswegen, weil... Wow, das war perfekt daneben. Wow, was auch. Was, was, was machst du denn da? Ich hasse dich. Du hast einfach Panik. Wieso habe ich ihn getroffen? Du hast einfach ein bisschen größeren Radius, in dem du schlägst. Insofern. Sieht sich einfach, wieder einfach so ein Glück, dass es genau die, wo du abvisierst. Er ist schon vorbeikommt. Also er ist schon, dich nicht mehr treffen kann. Au. Au. Weil die hauen einem echt viel Damage rein, wenn die einen mal lockt haben. Ja, ja. Au. Aber wir haben halt auch verdammt viel Balance. Das stelle ich gerade so fest. Balance? Wieso? Weil wir bei dem Capra-Dämon nicht zurückgestackert sind. Also normalerweise... Wir haben halt diese Balance. Ja, eben. Genau. Jeder Angriff von dem Capra-Dämon haut einem eigentlich normalerweise... Wow. Ich wurde getroffen, weil ich zurückgelaufen bin. Weil du gepanikt bist wieder. Ähm. Guck mal, ich kann... Du kannst jetzt einfach mal da runterfallen. Hier? Genau. Dann sparst du dir ein bisschen was. Ähm. Und du kommst direkt zu einem... Zu einem Typen. Zu einem NPC. Ähm. Wenn du da durchläufst. Genau. Pass auf. Pyramantie? Genau. Pyramantie ist nämlich einer, der... die Pyramantie lehrt. Da hinten ist der Einzige, ähm... der einen eigentlich dazu veranlasst hat, dass man durch Fässer rollt. Und nicht angreift. Ach so. Da ist er. Sonst hätte ich ihn getroffen und er hätte mich angegriffen. Naja, wenn man ihn zu doll trifft, sozusagen. Ach so. Also ich hab auch das Schwert benutzt beim ersten Mal. Und dachte dann so, hättest du ihn jetzt ein bisschen weiter getroffen, dann hätte ich wahrscheinlich angegriffen. Kommt hier noch irgendwas so? Ja, das ist der, ähm... Der wird jetzt bald zum Pfeilingschein gehen. Ach, oin. Und bei dem kann man dann Pyramantie lernen. Ach so, jetzt noch nicht, oder was? Jetzt der Zeit ist er noch ein bisschen im Kopf. Jetzt will er nichts machen. Und ich würde dir jetzt einfach mal empfehlen, du rennst jetzt, glaub ich, einfach mal in Richtung Sears. Okay. Warum will die Sears? Und ist das einfach den Weg, den du jetzt hier gekommen bist, noch mal zurück. Nicht da runterfallen lassen, weil das bringt dir nix. Ähm. Ja, ja, das war das. Und du kannst jetzt einfach mal durch die Tür da hinten schreiten. Äh, wenn du jetzt hier rumguckst, in der Ecke da hinten ist die Tür. Da hinten ist die Tür. Und da hinten. Geradezu. Siehst du doch, das Holzding da. Und wenn du Pech hast, kommt gleich ein Typ von oben zur Seite gefallen. Wenn du Glück hast, dann nicht. Dann haben wir uns hier einfach mal geschenkt. So. Da haben wir uns ihn geschenkt. Ne, da haben wir uns ihn nicht geschenkt. Du kannst, glaub ich, der passt nicht durch die Tür, oder? Doch, passt er. Das war hart, weil ich keinen Ausdauer mehr hatte. Oh ja. Ja, da siehst du übrigens den Dickwanz, vor dem die Leute warnen. Ähm, pass auf. Nein, geh nicht weiter. Geh nicht weiter ans Wasser, nein. Äh, ich sage dir nicht wieso, aber, ähm, du wirst du es bereuen. Nein, du bist nicht tot. Heile ich doch einfach mal. Äh, war ich mir tot? Hätt ich zurückrollen können. Ich bin tot. Hast du gut gemacht. So, dann übernehme ich jetzt einmal mal wieder. Und, äh, entledige uns dich, äh, Ach, ist das Öl? Oder Benzin? Nein, das ist einfach nur Wasser. Aber da ist, ähm, da ist was. Also, da ist erst mal ein Gegner beschissen. Aber ich wollte ja hier zurück, weil jetzt kommt ja der Pyromanth, äh, 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 äh. Stimmt eigentlich. Können wir einfach mal hier mit ihm quatschen? Ja, ich, ich habe es sicherlich auch gemacht. Der ist wirklich engländisch. Ich finde ihn echt super, den Typen. Ich mag ihn richtig. Oh, ja. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsdiensteaktiere. Der hat sich so englisch auch, ja? Ja, ja, allerdings. Also nicht amerikanisch, sondern wirklich englisch. Ja, englisch. Ja, genau so rum. Na, zu der Antwort. Oh, verdammt. Äh, es ist deine Wahl. Ich will nicht drüben. Ja, ich weiß nicht, deswegen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich wünschte nur, dass ich, dass ich dich irgendwie verabschiedet habe. Oh, und ich werde mich beinahen. Äh, ja. Ich würde gerne meine Meinung ändern. Ja, wunderbar. Ich bin sicher, dass, äh, hier. Erstmal nimm das. So, das war gerade so ein bisschen Fahnen. Ja, das ist so unein. Wir können nie wieder was sagen. Jetzt bist du ein vollständiger Pyromancer. Wieso, lass uns gehen. Ähm, wir können jetzt rein theoretisch hier uns, äh, Zauber kaufen. Wir haben ja Seelen. Gebäude. Ja, wir haben Seelen. Wir haben gerade die Pyromancer für Arme gekriegt. Ähm, man kann ja auch mal zeigen, wie das Ding aussieht. Aha. Äh, das ist nämlich, das Teil hier. Und, das werden wir gleich auch immer ein bisschen aufwerten, wenn wir ein bisschen Seelen haben. Und ich würde einfach mal sagen, wir benutzen jetzt gerade alle unsere Seelen. Ja, das ist gebäude mit dem Tod. So, direkt das da. Und, das da auch noch. Und, das da auch noch. So, und ich glaube, wir schlucken hier einfach mal alle. Okay. Da sind ein paar, aber, ja, was soll man machen? Oh mein Gott, der kann Seelen zerstören. Wie immer das Bein da runter nimmt, wenn er so ein bisschen nach vorne schreit. Siehst du das? Ja. So, 4000 Seelen und jetzt nochmal zwei. Äh, geht der rein. Das ist lustig. Also, wir. Es ist keine, äh, eigentlich ist es, äh, es ist es wir, aber es ist eigentlich eine Sie. Insofern, wenn man so argumentieren würde, ist es eine Sie. So, 5000. Wie viel bauen wir? Ähm, ich glaube, wir brauchen für das Ding, was ich mir kaufen will, 3000 oder sowas. Äh, da ich noch die Flamme aufbessern will, das geht nämlich auch. Ähm. Kann man direkt hier, äh, ein paar Sachen kaufen. Ja, wir brauchen 8000 sogar, das ist ja kacke. Ähm. Ähm, der kleine Feuerball, das ist die erste Sache, die wir uns, äh, glaube ich, kaufen werden. Die Feuerkugel ist ein bisschen besser, aber, ähm, der Feuerball, den können wir uns jetzt halt leisten. Dann nehmen wir uns die einfach mal. Aha. Und was wir dann direkt als nächstes machen, ist aus dem Umwand, und zwar rüsten wir mal direkt die Pyromanie-Flamme ein bisschen auf. Und das machen wir direkt mal auf, äh, plus 3 und wir können vielleicht noch plus 4 machen, wenn man passiert, irgendwo. Wie viel kostet es denn gerade? Ich habe gerade nicht aufgepasst. 3.000 kostet es jetzt, also brauchen wir 1.900. Äh, aber, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Pyromanie-Flamme hier. Und was wir damit machen können, ist, äh, also erst einmal kann man sich hier drüben ausrüsten. Ähm. Ähm, der Witz ist halt, wir müssen jetzt erstmal unsere Zauberei einstimmen. Und ich habe schon bereits uns einen Zaubere, äh, also unseren Zauberei-Slot, äh, geskillt sozusagen, indem ich mal, ähm, was ist das? Wille? Ne, Intelligenz? Was habe ich hochgeskillt? Zauberei. Zauberei auf, äh, 10 Punkte hochgeskillt hat, dann kriegt man seinen ersten Zauberei-Slot. Und jetzt können wir das Ding da oben rein slotten und haben jetzt bei der Pyromanie-Flamme unsere Feuerkugel. So. Das sieht so aus. Oh, das ist gar nicht mal so schräg, weil, äh, das kann man sogar ganz gut im Kampf mal verwenden. Also vor allem gegen Gegner, die... Ja, was bist du denn da? Da bist du einfach ein Geist. Naja, einfach irgendjemand. Ähm, gegen spezielle Gegner, die ein bisschen feuerverlustig sind, äh, hilft das ganz gut. Und in der Kanalisation, wo wir jetzt gleich hingehen werden, da gibt es solche Gegner en masse. Insofern ist es gar nicht mal so schlecht. So. Und die, äh, haben wir derzeit acht davon. Also man hat acht Benutzungen sozusagen. Und dann muss man wieder zum Bonfire zurück. Und da muss man sozusagen seine Zaubererei auffrischen. In Anführungsstrichen. Ach ja. Und jetzt auch die Leute da. Das ist ja super. Guck, es war alles geplant, dass ich sterbe. Klar, war alles geplant. Ein geplanter Tod. Ein geplanter Tod. Kommt in Daxus öfters mal vor. Taktischer Rückzug. Wir sind selber, aber egal. Mehr merkt ihr wahrscheinlich nicht. Äh, finde ich gut. Weil wir haben eine Rüstung an. Ja. Ähm. Ihr seht schrecklich aus. Ihr habt eine Rüstung an. Das ist die Lady sozusagen. Und ich versuche immer noch zu erkennen, wie ihr Gesicht aussieht. Aber das ist immer irgendwas davor. Und so sieht, ja doch, so erkennt man es halt ein bisschen. Aha, ist ganz okay. Aber, ähm, die trifft man nochmal wieder. Und da erkennt man gar nichts mehr. Insofern, sie ist derzeit auch noch nicht hollow. Insofern nett. Ach so. Ähm. Ja, äh, quatsch mal einfach mal. Was, sie ist auch und tot? Nee, aber es sind viele Leute, die im Trost haben. Wir haben meine Mission und ihr habt keine Angst vor dir. Wir müssen uns nicht mehr überkommen lassen. Ja. Das ist schade. Kannst du nicht mehr mit ihr reden? Ja, man kann mehr mit ihr reden. Aber ich meine, sie sagt irgendwas anderes. Sagst du mir nicht die Urgenheit unserer Tatsachen? Nö, nö. Wer bist du so unkürt, dass du so ein Verletzungen zu verlieren? Ja. Ja. Von den Augen von dir. Ich denke nicht. Tja, ähm, die sagt nicht mehr, die ist nur ein bisschen... Was? Sie betet gegenüber Krügen? Ja, genau. Sie ist nur ein bisschen kaputt. Sagen wir es mal so. Also ich würde auch Krüge anbeten, wenn ich welche zur Hand hätte. Und er gehört sozusagen mit zu diesen Leuten rein theoretisch. Das sagt er auch. Oh, hallo. Meine Gäste haben endlich gekommen. Aha. Ich werde über die Stimme departieren. Das erinnert mich übrigens zu deine Stimme. So? Hm? An die Stimme-Stanline-Parable. Es war ein Pfeil. Ein bisschen. Bisschen ähnlich an, stimmt. Deswegen... Ähm, das ist ein Lügner. Warum? Äh, ja. Finde ich. Aber gut. Lügner meinte er, glaube ich, auch in Bezug auf sein Dingensens. Halte ich von euch fern. Ich will, glaube ich, nichts von euch. Ähm, ja. Das war es im Endeffekt, was wir hier machen können. Das... Aber dann haben wir seinen Glauben angenommen. Äh, ja. Haben wir seinen Eid schon angenommen? Ich glaube, ja. Okay, gut. Das ist sehr interessant. Soweit ich das mitbekomme. Ähm, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal dahin, wie du gestorben bist. Da bin ich nicht gestorben, ich bin kapiert. Und gucken wir uns da so ein bisschen um. Wow. Das war gut geblockt. So. Aua. Das war unpraktisch. Aber guck mal, wie viele... Ja, 1100 Seen. Das ist wurscht. Glaube ich zumindest. Nein. Das waren jetzt die paar Seelen, die wir davon bewusst haben. Äh, wieso habe ich eigentlich immer noch die Dinger ausgerüstet? Das war gerade aber sehr peinlich.